Ich weiß nicht, was auf uns zustößt. Ich hab auch nur die Changelogs zwischendurch gelesen. Ich sehe nur, dass man jetzt neue Hände hat. Ich sehe gerade. Die Handschuhtext wurde geändert. Okay, guck mich mal an. Du bist der Feind. Ja. Was? Das ist das einzige, was gerade aktuell auch passiert ist. Was ist das für eine komische Brustkorbbewegung? Mach doch mal. Digga, schau mal an. Okay, finde einen Smiler, filme die Entität während eines Blackouts. Ich habe eine Kassette gefunden. Und finde Kassetten. Ja, die spawnen jetzt auch in der Nähe unseres Fahrstuhls. Ich folge diesen komischen Pfad. Okay, dann weiß ich, wo du bist. Dann laufe ich in die Gegensatz-Richtung. Uh, die Löcher im Ding so... Was? Press Camera to use your camera. Was? Da stand gerade, press Camera to use your camera. Aber man muss C drücken. Ich habe noch eine Kassette gefunden. Also, was ist unsere Tasks? Siehst du auf Tab? Hm? Siehst du auf Tab? Filme einen Smiler, Filme eine... Die Entität, also... Ich habe eine Kassette. Äh, genau. Ich kann nicht mehr reden. Äh, wenn er ist Blackouts, müssen wir... Ich habe eine Kassette. Ich habe eine Kassette. Wir brauchen acht Kassetten. Wir haben drei. Ich habe den Stuhl. Kann ich mich draufsetzen? Ah, das ist eine Kassette auf dem Stuhl. Ähm, das ist jetzt problematisch. Hm? Was? Was ist problematisch? Okay, ähm, ich bin weg, ich bin weg. Das könnte jetzt wirklich ein Problem werden. Ich habe die Entität gefilmt, ne? Mhm. Aber ich habe ein Loch und eine Kassette neben dem Loch. Geil, ich habe nur noch eine Kassette. Hä? Film... Ach wegen eines Blackouts. Oh mein Gott. Ja. Jo. Michavs. Danke für den Luck. Von dem Stream. Okay. Danke für den Luck, Michavs. Und nochmal gute Besserung. Ich finde es auch geil. Ich finde es auch geil bei mir. Bei mir gibt es immer noch keinen Luckuffiel. Ja, schade, ne? Ja. Ich weiß, das war einfach. Ja. Du willst hier weg. Ja, kann ich verstehen. Wer möchte nicht von England weg? Da regnet es nur. Ja, mach das mal. Ja, ich bin ja jetzt... Komm zurück in die Schweiz, Fischi. Ich bin doch jetzt... Die Schweizer machen doch nur Urlaub, um zu sehen, wie scheiße es in anderen Ländern ist und wie gut wir in der Schweiz haben. Ach nein, mach ich halt jetzt mal schnell den Befehl. Ja. So. Kann Bacteria bei den Pitfalls entlang? Oh, jetzt gibt es auch einen Luckuffiel bei mir nach Ewigkeiten. Abfallkrüme. So. Also. Kassette. Warum ist hier so ein großes rotes Ding, einen großen Kasten mit roten Lichtchen? Ah, hier ist der Fahrstuhl. Ja. Der Fahrstuhl, ja. Und es fehlt noch eine Kassette. Ah, keine Kassette. Ja, die habe ich gerade auch proben. Es fehlt noch Smiler. Ah. Und in die Entität während eines Blackouts. The end is near. Wir müssen auch noch Bacteria während eines Blackouts filmen, ne? Ich habe Bacteria. Ah, na dann. Kann ich aber jetzt mal entspannt zurücklaufen. Aber nicht... Aber kein Blackout halt. Ja. Ist ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, wo es zur Mitte geht. Ich weiß, wo es zur Mitte geht. Ich habe Bacteria. Ich filme einfach mal Bacteria. Vielleicht kommt das ein Blackout. Ja, ja. Blackout. Easy. Ich habe es. Jetzt brauchen wir noch einen Smiler. Ich finde es lustig, wie die Taschenlampe immer noch zu halb Buggy ist. Ja, was meinst du mit Buggy? Ja, okay. Ne, es macht Sinn. Sie ist auf dem Kopf und nicht im Gesicht. Ich stehe bei Pitfalls. Welchen? Von den drei, vier? Weiß ich nicht. Ich habe Bacteria auf meinem rechten Ohr. Ich habe auf meinem rechten Ohr. Ja, der war links von mir. Ah, da ist es nochmal Pitfalls. Ah, da ist noch eine Kassette. Reicht die eigentlich wieder droppen? Du kannst die alle droppen, ja. Ähm, warte, wie droppe ich die? Mit rechts leck drauf. Ablegen. 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 Kassettenstapel. Einfach zu viele, Punkt. Ach, das ist eigentlich ein Promote. Ja, schade, ne? Ah, ich sehe deine Taschenlampe da hinten. Äh, ich renne grad mal ein bisschen weg. Moin. Moin. Wir brauchen noch eins. Du hast einen Schlauch. Zwei Schläuche. Du hast auch Schläuche. Ja, ich habe drei. Nur zwei. Okay. Ne, Spaß. Zum Glück ist das nicht so reared wie in einer Folge, wo ich mit Lost bisschen getalkt hat. Das war noch reared, eine Austage von ihr. Ach so. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast. Na, das ist das mit dem Nether, oder? Nein, nein, das war erst davor. Ja. Okay, das habe ich schon gesehen. Ja, es ist nicht aufgefallen. Boah, ich schau dir in der Reihenfolge. Also, einem ist es aufgefallen, er hat es in den Kommentaren geschrieben. Mhm. Den Timestand. Also, ich bin mich schon mittlerweile daran gewöhnt. Von Lost in der Lost in. Kann man eigentlich hier nochmal unendlich sprinten? Ähm, ne, almost. Also, sagen wir mal so, man könnte denken, es ist unendlich, es ist es aber nicht. Ich habe mich gerade ein bisschen wehrt, weil Blackout. Aber wenn ein Bakteria dich verfolgt, kannst du doch unendlich sprinten, oder? Nein. Nein? Kannst nicht unendlich sprinten. Das war in Escape the Backrooms. Escape weiß ich mit dem Ding. Nicht in DET. Digga, ich sehe keine Smiler. Hab einen. Ah, perfekt. Bei meinem Fahrstuhl. Moin. Moin. So. Raus aus hier. Wir fahren hoch. Und dann fahren wir runter. Warum auch immer. Am besten ist es zu nah, dass es läuft wirklich. Ach, was. Wir sind auch schon tödlich, dass einfach die Tür aufgeht. Das auch. Der will uns nicht mehr auf dem Deck loslassen. Ich glaube, unsere Seile sind gerissen. Unsere Stahlseile. Warum hast du schon wieder zu viel gegessen? Nein. Oh, Tom. Was macht dies? Ich wollte erwähnen, dass du ja neben mir erstens steht gerade. Ach so, das hast du noch in der Tasche. Ja, hab ich auch in der Tasche. Oh, meine Uhren, die brennen. Was? Don't blink. Okay. Ich weiß zum Glück, wo man hier rauskommt. Ich hab schon geblinkselt. Das hab ich beim ersten Mal in die gecheckt, wo man rauskommt. Noch mal. Ich will alles essen. Da ist es. Da ist die Zero Zone. Okay. Hier um. Mein absolutes Hassleiter. Wait. Wait. Das gab es vorher noch nicht. Ich geh' mal nach Hause, ne? Ähm. Nee. Ich geh' mal nach Hause, ne? Nö. Komm mit. Oh mein Gott. Haben Sie keine Angst? Ähm, wie macht man das noch mal? Es ist kaputt, das geht nicht. Tür kaputt. F. Aber das UI wird auch überarbeitet von den ganzen... Gut. F. Neu starten. Okay. Das Klaus ist ne Tür. F. Ne, was ist das? Soda. Rause. Da du hast ne Soda? Ja, das ist diese blaue Brust oder Ding. Komm, wir machen die zweiten Gen. Schütze mich, Tom. Oh, hier ist ne Ecke, 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 Ecke. Hier ist ne Vierer Ecke? Tom! Du brauchst dich bei der Gen Ecke. Ja, warte, ich war grad bei ner Vierer Ecke. Ich schaue schon nach links. Ne Vierer Ecke? Sie müssen mir nachher zeigen. Ja. Jetzt. Gut. Wo komm ich? Wo ist die Vierer Ecke? Äh. Hier reinkommen die eh nicht. Ja, weil es hell ist. Ey. Ey. Es ist egal. Da hinten ist die Vierer Ecke. Die schreien. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehen die immer noch so hässlich aus? Ja. Oh ja. Kann springen, aber springen bringt ja immer nix. Schnauze! Oh Mensch. Diesen Gastank kann ich den mitnehmen und dann in die Luft jagen? Wäre interessant zu wissen. Oh ne Browser. Genau, ne Browser. Ich habe einen Mandelspritz. Hier Haие,कter... Was war das hier? Darfst du die kommen. Blöy. Oh wohne be outcomes. Ja. Trinkt sich doch doch da nichts. Und ne Browser. And great to wear. Keine neuen Aktank jenaen. Ich benutze mal ne Mandelspritz. Eine Browser. raum neben raum langen saft ich habe auch gesagt tolken die rum hittes finde dringend mandelwasser ich habe bei mir kam eine meldung kritisch mandelwasser nur orangensaft smelt strongly of citrus riemensens auf der eigenschaft sanity train minus verstand plus so weniger sanity train mehr verstand und mehr geschwindigkeit wieso da gibt über über spannung plus ausdauer plus geschwindigkeit plus erholung plus wieder belebungstempo minus ich habe jetzt noch ob ich habe jetzt eine optimale verstand verstand ist schwankend ich habe ich bin optimal gebaut das wäre schlecht zu ich glaube wir haben wir eigentlich schon mal oder oh mein er hat einen komischen krähen gesicht ja das hat er schon vorher das spiel einfach zu wenig gespielt in letzter zeit ja orangensaft es sieht aus entweder tost oder orangensaft wir haben hier sind vor doch noch nicht das suchen verstanden ich finde ich finde alleine durch die neuen alten Sätze ist es viel einfacher um neue bei den zu finden aber war er gesagt haben zu haben ja ich weiß vorher war mir immer mit er ist ja am Limit gelebt meine bein ich will auch die für nutzen chance die renner von uns weg das ist das ist problematisch ja wir müssen die tür suchen ist das die tür das unsere anfangstür ist aber das ist ja auch die endtür ein so dass ich klatscht habe kann sein das ding ist halt umfang von dem spiel ist das das meistgespielte level gibt es das stich zwar nicht so dass er nicht direkt zu uns kommen kann dass er smart gelöst Gut. Ich habe ein. Du bist ein bäude. Du bist ein sehr junger Typ. Ich habe dein seul Kieler geborgen. Ich habe die Vögel nicht gesprungen. der ist rechts Oh mein! Der ist da direkt! Oh der kommt! Auf! Geh du in den Vorderen Spinn I guess Ok der ist direkt Ich hab offen gehabt und der ist mir vorbei geracht Das wird jetzt kompliziert, ne? Ab, 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 ab Bittzei Warte ich geh mal raus, tschüss Du konntest jetzt durchgehen, ne? Der ist bei mir irgendwo Bip, 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 bip Ich hab mein Sohn noch gecheesed Ja, dann wünsch ich dir viel Spaß Ich bin bei Geh! Ja, ich wünsch dir viel Spaß, ne? Nein! Ich bin auf dem Boden, sagen wir's so Er wollte bleiben, Entity, haben wir auch nicht gemacht Naja, das ist die Endquests Ich bin zu, verstand Äh, habt ihr gesehen, der, der Körber ist rumgebobbelt Hm? Der Körber ist auf dem Boden rumgebobbelt Uh, ja Kaffee Aber okay, uh Ne Suppendose! Wie? Orangensaft Ich hab Kaffee Ich hab keinen Kaffeetrinker, aber ich nehm den mal Ah, Suppendose! Ah, Suppendose! Äh, ich bin Kaffeetrinker Natürlich Ich trink' Cola Sie ist da vorne Ich kann sie riechen Okay Ich auch Ich bin auch dabei, hallo Kiki Wie geht's gut, das freut mich Komm Wenn du das Ding aufmachst Ähm, wir pfeifen das Ding einfach aus Und dann kommt das hier nach hinten Komm, 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 komm Komm, jetzt in die Spinte schon Wir müssen sie alle beugen Wir pfeifen das einfach aus, okay? Weil die Aufgabe geht's nämlich direkt auf Null, wenn's uns entdeckt Was ist Überspannung? Aussaugeschmink, ja, Plus Erholung Wenn es nur nicht kalt wäre Ähm, ja Kommt das? Es scheint sehr abfähig zu sein Aber Das Gute ist, ich bin durch Komm her! Es ist zu weit weg Ey, einfach durchcrouchen Das ist der way to go, ganz ehrlich Wenn wir die Quest erfüllt haben müssen Avoid the blind editier Wenn wir die Quests erfüllt haben müssen Dann heißt das, wir dürfen keinen Kontakt mit dem haben Und das ist geil so, wenn man's mal so sieht Ich hab noch nie gewusst, dass die blind ist vorher Auch nicht, aber okay Wo bist du lang? Links? Äh, hier siehst du meine Taschenlampe Ah, du bist reichst, okay, dann reich links Ich geh zäh Komm, nächsten Spring schaffe ich noch Ja, jetzt schließe ich den Spind Es kommt Es kommt Bei mir Tom Okay Ich weiß noch nicht Wo ist das wie? Weiß ich nicht Kann ich nicht beantworten Warum hat die Reikis kommt nicht wieder? Ich kann's dir beantworten sogar Es ist bei mir Es läuft grad an mir vorbei Hey Es ist grad an mir vorbei gezogen, ne? Oho, 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 das könnte fies sein Hm, ist es bei dir? Ja, ja, hab ich noch grad schon zum dritten Mal beantwortet Okay Dann kann ich halt weiter durchziehen Es kommt, glaub ich grad zum Maingang, ne? Es kommt zum Maingang Hauptraum Ich bin im Hauptraum Ja, ich auch, hallo Nein Oho, oho Okay, es ist nicht, es ist Es sieht sehr sauer aus, ne? Pss Ey Ey Meinen Bullshit ist nicht an von daher Passt es Es geht in Hauptraum Das geht in den Hauptgang Es geht in den Hauptgang Es kommt zurück Also in Eingang Äh Nur Deine ist vorne musst du hier, ne? Oft den zweiten Ja, ich Da bin ich gerade rein Und hier ist ein Korn Okay, dann mach ich mit B ist drei Minuten Warte Warte, muss ich mir irgendeine Zeit wieder merken Zehn Minuten ist bei G, glaub ich war das G ich weiß nicht über das ist g orangensaft geht sehen die train minus gc und bgcb okay ich weiß ich weiß den coach ist gut g war 4 und 2 3 4 rc war 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 das hier war 3 da kann ich mal kann ich die tür aufmachen und und dann raus nicken bei dem das theoretisch ja er hat ja nur sachen kaugummi was macht kaugummi sanity train plus und verstand ich bin auf optimalem verstand ich weiß dass hier was geändert wurde ob man hier finden den stromkasten und schalt den strom an ja das machen wir gleich also es wurde hier auf dieses level wurde krass verändert glaube ich glaube ich kommen hier noch sanity train trinken weiß ich nicht möchte ich nicht sagen wir sehen ich weiß nicht ob sie auf kann ich jetzt was bei der bei ich die ganze zeit nehmen wir auf naja hallo youtube ich bin der fifi euer lieblings dingster genau ich habe keine chips zu hause nur so ekelhafte ich habe meine schon aufgekissen schon vorgestern ich schicke mal kurz meine stress darüber dass ich reinkaufen gehe ich habe ein gelbe bildchen mit einer 1 gefunden gelb 1 merke ich mal chat schreibt man mit bitte und ja danke ich weiß nicht ob ich einen chat habe aber egal gelbe 1 gelbe 1 gelbe 1 gelbe 1 hier ist der stromkasten okay wir müssen ja ja einfach mal einfach mal einfach mal einfach mal 1 und weiß die 16 16 genau genau 1 6 1 1 das könnte ein bisschen dauern das zu raten ach was und ich gehe jetzt einfach so großen super verstand plus ausdauer plus geschwindigkeit für das erhundert wieder beliebungs tempo minus ich gehe jetzt die anderen zahlen suchen ganz ehrlich ich glaube ich habe eine neue zahl ja die null in lila oder magenta okay die letzte zahl können wir haben oder auch die erste das ist auch viele war das letzte ja und orange war das letzte mir ist das erste mein stoff mehr das ist alles dasselbe orange nicht mal der gelb oder orange das sind auch noch drei okay wenn man orange oder gelb ist einfach 1 und 3 ja was ist gelb oder orange 1 nicht gelb 1 was willst du farben blind einfach wir haben 1 6 3 0 ja orange 1 ja das ist natürlich ein bisschen turn of the power oh nein ich will nicht mehr doch ich mag das level nicht zwei kaugummis in dosensuppe kaffee und orange saft und mandelsspritze das wird sich ja mal hier sein geben da kann es auch nahe ein eingeben und muss trotzdem machen die ist die ist ok ging doch noch mal ganz klein machen und dann ganz klein machen und dann bin ich ganz klein bei der abzeuge und gehe ich einfach nach links habe in den dritten knopf jetzt müssen wir nicht mehr kabel oder oh mein gott wo bist du denn aber zurückhaugen ja es gehen unbedingt den weg wenn du bei den tor bist und bleibt an der seite welches tor das geld beim swan wo wir vom kabel kam also ich scanne den boden und guck was passiert also ich scanne eigentlich immer den boden aber es ist neu ne nein und ich habe angst wie viel was wir haben drei tor vor uns kommt mal zu mir ich sehe drei kabel ja der seite ist war ein pinkes tor und ein blaues tor ja und guck dir mal die bilder da oben drüber an scanne die man ja auch ist wenn man ja wenn die mal kompletten bilder kommt durch ich habe das gerade ich mache ich ziehe da kann durch die gerade durch rechtsklick das wird mein partner sage ich dir ehrlich okay wir haben bacteria das krein gesicht und das ist aus krein gesicht und das ist es ist aus krein gesicht level 0 also level 0 1 blinde vieh dass wir die bacteria und und vergisst nicht die löcher da unten aber ist die frage was wir gemacht was müssen wir machen auf den blauen kabel folgen hier sind rohmann ist das die beste plan was ist das dieses hängende ding drei sein bei blauen dings ich gehe nach links da wo sie sich wieder so einzeln aufspalten umgekehrt noch mehr löcher am boden mangelwasser in der luft hängend da hängt was hängt das an luft da hier ey guck mal in der luft hier hängen leichen echt ja da warte hier neben mir naja passiert ja was wollen wir zurückgehen hast du den klopf ja hab ich gut dann können wir zurück orientierung sind bis da keiner kommt die löcher die punkte sind wieder ein bisschen verschwunden ja die verschwinden aber in einem bestimmten intervall da sind wieder die löcher ich finde es auch interessant dass ich den typ noch kein einziges mal gesehen habe ich auch ich habe ihn doch gesehen ich nehme es zurück ich muss gehen ich muss gehen ich muss gehen warte mal warte mal warte mal warte mal ich muss die ersten dinge ist gehen also wir sagen ja haben es gibt kein grün ja und es gibt es ist es ist es ist es ist es ist es ist nur das pinke gibt ja ja wir müssen ins ding aber war da ist das pinke pinke ist nicht das was es ist doch es gibt das rosa rote das rosa rote das ist das richtige weil das stimmt mit dem monster überall meine ich hätte ja nicht dass das pinke vom pinken rosa 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 mama ich genau in der ecke erwischt na die jahre ich sie aus nach einem tier verloren ich nicht wo ich in gescannt habe ich habe meine nicht verloren ich habe meinen kartoffelchips nicht mehr müssen wir das doch ja also hier ist es auf jeden fall eine polsterung ein bisschen zusammenbleiben wir müssen ja den ausgang zusammenfinden denn das so ist aber auch das anfangs ja perfekt ok m der reine wiegt Kunden ich hab meinen ganzen hatte ihren den einen hier schattig als er aus dem stoppe und einfach wieder auf gesammelt nein Ich habe meinen ganzen Staff von vorhin wieder! Ja! Hast du deine Kartoffelchips noch? Ja. Perfekt. Ich habe meinen Staff wieder gebildet. Nehmen wir links oder rechts? Aufstehung würde ich sagen. Nein. Okay, tschüss. Nein. Ich will mich aufteilen, hier gibt es keine Gefahr, wir müssen einen Ausgang finden und die Treppe ist das. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Tell me what to do. I'm coming for you. Ah. 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 Weiß ich, weiß ich auch. Ähm. I guess. Wie man vielleicht draußen draußen hat. Hier. Was heißt hier? Hier. Bei dir? Ja. Links doch. Rechts. Hä? Rechts? Rechts von dir jetzt gleich. Ah. Ah. Komplett abgelenkt davon. Gar nicht. Ich habe ihn auch. Da geht es nicht weiter in die Richtung. Da. Äh. Sieht schlecht aus. In der Richtung sieht es schlecht aus. Bis. Bis. Ah. Ja. Ist das Ende. Diesen Knopf. Soll ich den drücken? Ich habe ihn mal gedrückt. Salzfläche. Ah. Hier kommen diese Räder. Ich kann doch noch nicht durch. Oh. Ich hoffe, dass ich den Weg finde, den Fliff irgendwie geschildert hat. Denn er ist echt scheiße im Weg schildern. So. Scheine mal die Treppe zu sein. Okay. Perfekt. Da habe ich die Treppe. Ich war auch gleich nochmal auf dem Klo. Denn. Ich müsste mal. Klar. So. Sprint. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Heff. Oh. Freinday. So. Wir sind da. Da. Mensch. Also wirklich. ich wie viel alte schachtel also ich nicht was macht wer alles ich mir mit dem chat definitiv ja so machen dann stecken also mal 123456789 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 mal gelb gut das wird das sollte verbessert worden sein weil mit den schildern dass die oben besser angezeigt werden ich habe mich jetzt einmal extra sterben ein 1 das stimmt ich habe so viel Spaß die haben schützt ja die haben schützt die haben wir gar nicht jetzt hier kurz was essen was das hier nicht im kreiswert sagen wir es mal so vor allem der manfred ist da ist ach nö was sind die blaue tkart finden am besten folgt mir dabei nicht gut abziehen 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 ja bin ich so stark wie der aber ich bin doch elektriker oh man ich trinke gleich einen kaffee presse ich ziehe so durch ich ziehe so durch ich ziehe den so ab viele links rechts du musst du doch gar nicht ich weiß mach ich trotzdem mal raus ja ich hoch der kommt näher naja ist er schneller als hier ja ist er ja ist er oh scheiße hätte das hängen geblieben komm 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 jetzt nein du hast jetzt gesagt du hast jetzt was zu früh leger hat das genau vor meiner nase zugemacht ich bin falsch getroffen ne das schaffst du ich bin falsch getroffen tschüss Dom naja naja du bist durch den Boden gegründet so ich wollte mit einem guten Abstand von Tom dann kann er den Weg führen und ich kann hinterher rennen piep 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 und die schlafen 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 Ich weiß noch wo das Level rauskam und alles verpackt war. Oh ja! Warte, 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 ja jetzt! Okay, schnell suchen, schnell suchen, schnell suchen. Ich geh links. Bin rechts. Blau ist sie oder? Hab sie! Okay, nice, nice, nice. Ups, ich hab die Kamera angemacht. Oh, ein perfekter Moment durchgegangen. Oh, der ist mir so, der sitzt mir so im Nacken alle auf. Da ist jetzt im Nacken. Ja. Ist ein bisschen nackiger. Ausgang, ausgang, Ausgang. Höh? 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 Boah, geil! Ich glaub, das ist ein Teaser. Kann sein. Ja, ist es. Crazy. Krass! Das nächste Mal kommt Level Fun. Boah. Ja, das ist neu. Fun awaits. Ja, aber ich merk schon. Part 2. Late Summer, stimmt, stimmt. Spätere Sommer kommt Part 2 von dem Update. Ja, das war mal ein etwas anderes Video mit Fifi aus dem Stream. Wenn euch sowas gefällt, lasst doch gerne mal ein kostenloses Abo und ein Like da. Schreibt mir auch gerne mal in eure Kommentare, was ihr noch sehen wollt auf dem Kanal. Was ihr vielleicht aus dem Stream sehen wollt, was wir im Streamer spielen sollen. Schaut gerne heute auch um 18 Uhr auf Twitch vorbei. Twitch.tv ist gleich eStorm im Ziel. Denn dort werden wir noch ein bisschen Dragons spielen. Und würde ich sagen, haut rein und schau. Leute! Uuuh! Uuuhh!